Ich bin der beliebteste YouTuber. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. So, und da sind wir auch schon im Charaktermenü. Wir müssen jetzt hier unseren YouTuber zusammenstellen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach einen Mann. Okay, und dann können wir hier noch ausführen, wie er auszusehen hat. Also, wir können hier erstmal die Haare auswählen. So ein schicker Hippie. Dann hier so ein... Das ist hier so eine Frauenvisur. Das ist auch, da fühle ich nicht schlecht. Ja, so ein bisschen zertzaust, das Ganze. Son Goku. Ah, weißt du, wir nehmen einfach Son Goku. Glaue Augen, zack. Den Mund lassen wir so. Einfach die übelsten Nasenzähne. Ah, so ein Bart ist schon echt nice, ne? Aber er macht ihn natürlich auch direkt sieben Jahre älter. Kleidung. Und die Jacke ist doch... Die Jacke ist doch was Schönes. Und natürlich die... ...graue Skinny Jeans. Das sind auch so eine Art Vance hier, wie es aussieht. Noch eine... ...fresche Brille kriegt er auf, damit der gleich ein bisschen seriöser aussieht. Und, äh, weiter. So, jetzt können wir hier die Persönlichkeiten auswählen. Ich versuche mir einfach den Superstar und dann... ...geht's auch schon direkt los. So, äh, was willst du auf deinem Kanal machen? Gaming, Moral, Lifestyle Music und kochen. So, hier sehen wir schon, kommt demnächst, kommt demnächst, kommt demnächst, dann müssen wir wahrscheinlich auf ein Update warten. Äh, ich würde sagen, ich spiele das Spiel sowieso nicht so lange, vielleicht vier, fünf, sechs Parts, nachdem wir es bei euch ankommen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Gaming und auf geht's. So, mein Name, äh... Wir nennen uns einfach mal, äh, Chris. Hm. Und unseren YouTube-Kanal nennen wir, äh... Also, bevor wir hier dumm rumreden, wir nennen ihn einfach Rukorti und ich würde sagen, los geht's. So, da sind wir auch schon hier im Haus. Und, ja, ich hab das Ganze natürlich schon mal angespielt. Ich weiß, was man jetzt hier machen muss. Erstmal haben wir acht neue Karten bekommen. Hier, lustiger Kommentar, winkende Begrüßung, unlustiger Kommentar, sinnlose Kommentar, winkende Verabschiedung, rutscher Blick, fröhliche Äußerungen, sinnlose Kommentar, okay, fertig. So, jetzt können wir hier unseren Dude, können wir hier mal rumgehen lassen. Und ich würde sagen, erst mal setzen wir uns an den PC und spielen unser Spiel. Empire Planet 2. Äh, ist nicht ganz so beliebt, wie es hier aussieht. Und, ja, wir nehmen jetzt mal ein Gameplay auf. So, jetzt können wir hier Webcom-Video auflösen. Niedrigel, kein Filter und Ohn-Ausgabe. Mehr haben wir ja nicht zur Verfügung und deswegen, alter. So, Empire Planet Gameplay 1. Das lass ich einfach so, weil sonst das ist sowieso egal, also, alter. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das passend ausfüllen. Wir haben sechs Energie länger. Hier, sonst ist unser Typ erschöpft. Und, ja, so. Haben wir natürlich perfekt ausgeschöpft. Und jetzt cutten. Sehr schön. So, und dann rendern wir die ganze Scheiße mal. 51% Interesse, 11% Inhalt, 4% Videoqualität und 9% Nachbearbeitung. Oh, so kann man sie schon mal so geben, würde ich sagen. Und jetzt kriegen wir hier auch mal direkt erstmal Punkte. Zack, zack, zack. Und jetzt laden wir die ganze Scheiße mal eben hoch. So, jetzt sehen wir hier, dass es hochgeladen wird. Und wir haben, äh, genau 100 Euro, äh, äh, 100 Euro. Deswegen gehen wir erst mal eine Runde auf den Terminplaner gucken. Am 31. Januar haben wir eine Prüfung. Jetzt ist noch ein Monat hin. Deswegen würde ich sagen, ja, komm, gehen wir mal eine Runde lernen. So, das Video ist hochgeladen, es hat 5 Daumen hochbekommen. Was für mal mehr, würde ich sagen, oder? Mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal direkt den zweiten Teil auf. Oh, wir haben schon 3 Videoaufrufe. Respekt. Ja, direkt Teil 2. Hochladen. Erstmal eine Runde schlafen gehen. So, und dann gehen wir auch direkt was essen hier. Dann haben wir hier auch wieder den vollen Balken. Können wir wieder mit voller Energie loslegen. So, das zweite Video ist auch schon hochgeladen. Das ist natürlich perfekt. Es ist übrigens gerade 5 Uhr morgens. Und wir nehmen direkt Teil 3 auf. 41 Abonnenten schon. Wenn das im echten Leben so wäre, das wäre natürlich perfekt. Und jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen blöd. Jetzt haben wir hier so ein, was wir eigentlich hätten eingeben sollen. Aber, jetzt müssen wir hier mal was Falsches machen. Ich habe jetzt mal irgendwie gerade einen Bug gehabt. Ich konnte kein Video mehr hochladen. Deswegen landet es hier mal eben 3 Videos am Stück hoch. Aber, egal. Fällt mich nicht. So, das wird jetzt hier erstmal hart gerendert. Die Scheiße. Die Abos steigen. 48 schon. Perfekt. Ich würde sagen, in der Zeit gehen wir mal kurz eine Runde leeren. Jetzt können wir uns zum Beispiel hier nochmal die Kommentare durchlesen. Wenn diese Person ein YouTuber ist, dann bin ich Badman. Schlechte Nachbottung. Richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht. Cool. Bestes Video überhaupt. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Oh ja, von dem Typen. Ich habe auf dein erstes Dull-PC-Video gewartet. Schön. Dankeschön. Und wir kriegen hier, wie ihr seht, ganz, ganz leicht Geld. Lass mal schlafen. Direkt noch Essen hinterher, damit wir da nicht ausgehungert sind. Hey, grüß. Ich möchte ein Geldplay-Video machen. Weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du eins machen und es hochladen? Ich werde dir das Spiel schicken. Natürlich mache ich das. Gratis-Spiel nehme ich nämlich immer gerne an. So, ein Gameplay von Mikrobomb von dem Spiel Mikrobomb vor dem 16. Juni hochladen. Das kriegen wir hin. So, das Spiel ist soeben eingetrudelt. So, ich habe Level 2 erreicht. So, jetzt erst mal das Spiel öffnen. Zack, perfekt. Neues Game-Video aufnehmen. Oh. Beide sind sehr gefragt gerade. Das heißt, da können wir erst mal ordentlich was aufnehmen. So, 67% Interesse, 115 Inhalte. Das ist natürlich cool. Das ist ein richtiger Rekord. Das heißt, das Spiel von der Alten kommt sogar ganz gut bestimmt an. Mal gucken. Wir haben jetzt, oh, wir haben fast die 1000 Abos geknackt. Jetzt laden wir das erst mal hoch und haben wir jetzt ein Intro freigespielt. So, jetzt warten wir, bis das hochgeladen ist. Ich würde sagen, wir gehen erst mal noch eine Runde arbeiten. Geld schadet nämlich nie. So, das Video ist fast hochgeladen. Nur mal kurze Runde schlafen. Danke, dass du das Video auch geladen hast, kräftig. Wenn alle meine Freunde erzählen, wie gut du da bist. Kein Problem. Habe ich gerne gemacht. Wo wir schon dabei sind, wo es ist. Nein, ich gehe nicht zu diesem Messen hin. Das ist so richtig dumm. Man kann zwar mit seinen Leuten dann reden und so, aber das machen wir dann später. Ich gehe nicht auf die Messe. Ich werde erst mal ein neues Gaming Video aufnehmen. Und zwar hier von dem Spiel, bevor es nämlich an Interesse verliert. Zack, auf geht's. So, haben wir zum ersten Mal jetzt ein Intro dabei und wir können hier direkt drei Sachen auswählen. So, jetzt haben wir erst mal hier alles rein, was geht. Zack, zack. Und 59 Interesse, 71 Perfekt. Rekorde ausstellen ist immer gut, wenn man das in den Videos macht. Und wir haben mit dem letzten Video übrigens schon 4,70 Dollar eingenommen. So, das Ganze wieder hochgeladen. Wir haben jetzt zwei neue Sammelkarten bekommen. Lustige Begrüßung und einen professionellen Kommentar. Jetzt können wir hier noch diese Talentpunkte hinzufügen. Wir können hier unten nehmen wir ein erstes Gameplay-Video auf und geben wir dann zuschauen eine Vorgeschmack. Das ist nicht so wichtig. Oder Jump'n'Run, Rennsport, Sandbox, Puzzle und Social Games generieren 10% mehr Likes. Das ist natürlich wichtiger. So kriegen wir nämlich erstmal mehr Abos. Abos sind nämlich immer wieder wichtig. So, wir gehen noch mal kurz lernen. Die Puffung steht nämlich in 18 Tagen an. Jetzt steht hier die Mutter bei uns im Zimmer. Bestellte ich wahrscheinlich, weil wir nicht hier in der Schule waren. Kommt man jetzt gerade aus der Schule. Finde ich übrigens besser, dann war ich immer währenddessen irgendwann mal lernen, wenn man einen Bock drauf hat. So, was willst du jetzt hier? wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir aus der Rastierung und du brachst dich noch nicht der Wein, wenn ich das durchziehe. Mimimimimi. Alles klar, liebe Mutter, wir gehen noch mal kurz lernen. Das Video kam gut an. Wir nutzen die Gunst der Stunde, würde ich sagen und nimm noch mal eben ein neues Video. ich höre gerade schon es hört sich nicht gut an mal kurz hier durchrennen an den crap und ich sehe es schon der pc ist kaputt so perfekt jetzt müssen wir erstmal den pc reparieren da kommt jetzt so ein netter mechaniker und währenddessen geht einfach schon mal die renderzeit runter kann ich jetzt nicht rausgehen aus der tür oder was er war repariert also wollte ich meine einige neue komponenten im computer laden ansehen ich konnte einfach direkt auf rüsten darauf zugreifen so jetzt müssen wir die scheiße erstmal aufrüsten akzeptieren und dem pc haben wir der kostet 250 das heißt das kümmerlich uns leisten ja weißt du wenn die tastatur die sieht cool aus die nehmen wir 16 dollar perfekt haben wir mit den neuen video hier schon fast drin wasser hier gekauft den neuen pc mit 250 gekostet den holen wir dann später bis dahin wir noch mal kurz eine runde leeren sind in einem guten bereich so die neue maus ist da sieht schick aus sagt da liegt sie ich erinnere mich jetzt als ich zurück in meinem zimmer kam entschied ich mich dazu es umzugestalten klicke auf den pc um einzukaufen klicke auf den dekorationsladen gut erstmal schön einkaufen und auf den dekorationsladen ich nehme an das ist der hier das ist ein konsolenladen idea ist der beste landen dekoration zu kaufen aber vergiss nicht auf bestätigen in einkaufsfagen zu klicken ich würde sagen wir kaufen uns hier mal den papierkorb der ist ganz cool ja den grünen teppich nehmen wir auch mit und big kill poster ja wir gehen wir unsere ganze scheiße unser ganzes geld aus scheiße da haben wir gekauft und kommen weiter dem ventilator die wahlung mit ist es nämlich gerade sehr warm deswegen nehmen wir den mit paket ein paket zwei die dinger aus dem boden wenn das mal der echte postbote so schnell machen würde das würde einfach abgehen schicke poster übrigens und der ventilator noch so wie im 18 dollar mit dem video verdient perfekt wir nehmen erstmal kurz noch neues gaming video auf nehmen wir das hier zack ist immer noch sehr beliebt oh ich sehe gerade wir müssen erstmal kurz schlafen und essen sonst können wir dann nichts aufnehmen und ich sollte mehr aufnehmen sehe ich gerade ja ich bin eigentlich gerade dabei gewesen aber irgendwie bekomme ich abonnenten dazu einfach zu verlieren aber ok das heißt wir erst mal kurz was und dann auf toilette und so müssen wir auch nicht ich meine wir spenden das spiel ja schon ein paar tagen aber also wir leben jetzt hier schon ein paar tage gut mehr hochladen die abonnenten wollen was sehen die abend 5.000 das geht so in die luft ich muss mal gucken das immer schön alles so weit es geht grün ist damit man nämlich am meisten punkte bekommt und ne schöne konsole müssen wir uns kaufen wir haben nämlich jetzt nur den pc sehr gut du hast diese woche eine menge gelernt herzlichen glückwunsch danke mama so wir gehen noch mal eine runde lernen und dann noch eine dritte runde wobei das zweite lernen kann ich weg machen dann ist nämlich das video schon hochgeladen dann nehmen wir uns noch kurz ins bett so die videos kommen hier gut an dass wir hauen da ein highlight nach dem nächsten raus das ist natürlich einfach perfekt so ein neues gaming video hauen wir direkt mal raus da sind nicht mehr so beliebt hier die videos äh die spiele meine ich dann müssen wir uns mal neues holen so und der vierte part von dem spiel mikobomb gameplay kurz was essen dann können wir das spiel von der alten spielen oder von dem alten abonnenten kriegen dann 120 dollar dafür und das spiel geschenkt und das abonnenten das geld kommt ja eigentlich jetzt auch mittlerweile so ein bisschen rein durch youtube wenn man jetzt 18 dollar schon wieder hier was warte wir gehen noch mal kurz lernen dann dann kriegen wir die prüfung da wenigstens hin da würde ich ein schönes 2 schreiben oder 1 das video hier kam auch wieder gut an jetzt sehen wir erstmal hier von unserem kumpel kumpel oh bro what hundert interesse na würde ich sagen perfekt lustige begrüßung hallo leute dann kommt ein professioneller kommentar ganz wichtig professionell dann kommt ein mörderischer blick von mir und dann nochmal eine freudig äußerung das ist dann zunächst mal naja so jetzt wird die ganze montage gerendert und es ist schon ein neues spiel rausgekommen ich glaube wir sollten irgendwann mal alle spiele uns zulegen und dann vielleicht mal spielen müssen wir mal gucken wie wir das hinkriegen so hochladen und freude ich würde sagen ja wir gehen jetzt noch mal kurz schlafen und dann war es auch schon mit der folge schreibt in die kommentare beziehungsweise ich sehe es auch an eurer like dislike reaktion schreibt in die kommentare was ihr von dem spiel haltet ob ich es weiterspielen soll oder nicht ähm tipps ideen anmerkungen alles in die kommentare reinhauen und ich würde sagen dann bis zum nächsten mal freunde haut rein hat noch einen schönen tag und tschau tschau